Musik Bei schönstem Wetter messen sich die stärksten Mannen am eidgrössischen Schwing- und Ältlerfest. Der Hosenlupf ist eine original schweizerische Erfindung und fast so alt wie unser Land. Nicht jeder zieht sich irumisch aus der Affäre. Und auch das ist typisch beim Hosenlupf. Nachdem man den Gegner gebuddigt hat, hilft man ihm auch wieder auf die Beine. Mäder Kurt und Sommer Donny, am Tier der Schwingenkönig, treffen nicht zum ersten Mal aufeinander. Sautograue, Sautograue! Also, du musst gleich deine Namen auf mein Lieblingsschreiben. Also. Die beiden besten Schwinger der Schweiz sind auch privat bestens befreundet, was dem heutigen Kampf eine besondere Note verleiht. Das Publikum hält den Atem an. Selbst die Berge in ihrer majestätischen Pracht scheinen zuzuschauen. Das Publikum hält den Atem an. Das Publikum hält den Atem an. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018